Was wir jetzt machen ist, wir fahren auf die ALO SKY und dann von der ALO SKY nach Port William. Dass wir da sind, wenn unser Bus wieder repariert ist. Vielleicht heute schon, ansonsten morgen. Dann geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir gehen auf die ALO SKY. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.